und damit ein hallo und willkommen wieder zu lego hurts ja in dem letzten part war ja am ende irgendwie kein ladefehler oder sowas das weiß ich aber jetzt nicht genau ist mir aber auch egal aber was ich jetzt weiß was will der denn machen wir nachher ich habe schon gedacht es war jetzt das spielstand geht ist kaputt oder sonst was gegangen aber zum glück war doch nichts wie ihr seht alles noch da und jetzt haben wir auch zu der und schaue ob es dazu klappt dass wir diese eine mission noch machen könnte jetzt start habe ich schon gedacht ich ok jetzt hat es geklappt zum glück gehen wir noch mal zum dritten mal glaube ich der mission und hoffen nicht klappt es jetzt okay und los fliegen genau so und danach fliegen wir zu den anderen planeten und holen uns die ganzen sachen durch sein die ganzen müssen uns heute wird jetzt nur missions gemacht wie verrückt dass wir mal alle haben und nicht mal ein paar alle können wir so sinnig machen das weiß ich jetzt schon dass das nicht klappen wird ich werde aber vorher ich weiß ja was die aufgabe hier ist es ist nicht schon wieder passiert dass er hier rein springt oder steht oder sonst was passiert so das müsste doch reichen ja wir kennen deine aufgabe und ja wir wissen wie es geht und ja komm runter und jetzt gibt den stein endlich so und jetzt kommen wir wieder zurück den schuss kann ich nicht zerstören das ist ja traurig egal so fliegen wir zurück zum raumschiff und fahren zum nächsten planet genau nicht zum nächsten halt denn davor guck mal welche missions wir da machen könnte und zur welt was für ein tamtam der planet müsste ja normal fertig sein oder glaube ich warum startet eigentlich jetzt jedes mal bei 98% und dann bei fünf aber ist das das kann uns egal sein nicht dass es wieder bei 0% anfängt wenn ich weiter geht tun werden gegraben das lustige ist das plan der planet war ja schon fertig aber ok es ist erwarten wieder mal ich mag die ladezeiten im spiel fertig ja ok wir laden jetzt holen wir den jet raus und fliegen zu den missionszellen wie schon der erste ok es ist jetzt keine mission aber das problem der will so ein foto haben ist was wir denn jetzt schwert ich reißen hat da bringt mir einen kampfschwert ich will ich will meinen schatz mit euch teilen und ich habe das schwert nicht was für eine enttäuschung bringe ich dir vorbei wenn ich es mal auf sich mal ich versuche es ok heißt die ganzen grünen missions die haben wir noch nicht was willst du wünsche es würde mehr tiere besuchen was willst du zehn schweine zehn schweine für die ja wenn es nicht mehr ist doch es gibt den stein her wir haben krank erhöht fortgeschrittene bauer ja wow okay das war ja super du bist nicht zu stoppen 65 goldene steine das ist eine unglaubliche leistung für jeden erforscher der galaxis eine entsprechend tolle belohnung wartet bei der rakete auf dich das laufen wird dir langweilig vorkommen denn du hast jetzt die 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 Florence die 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 nicht aktiviert rede mit mir keine ahnung okay die müssen geht dann ab zum nächsten zunächst wo ist noch eine kiste sehe ich gerade hier sind zwei kiste so einfach geht's ich hoffe dass man trocken die ganzen 100 steine zusammen bekommt auch wenn man manche müssen nicht durchführen kann was habt ihr denn mal so aufgaben stimmt und wieder eine kiste ich will mal schießen damit ok das ist schon cool guck mal kommt man hier raus wenn ja ist gut wenn nicht ich will hier ist auch noch eine kiste jippie und ne ne oder noch einen goldenstamm das war glück hier müsste auch noch einer sein und der ist sehr tief ok wir sind unten und öffnen die kiste was machen diese eigentlich müssen wir mal aufstellen komm hoch mit dir schneller ok ok erforschen kennen wir auch noch nicht ok warte mal hier war irgendwo noch genau hey 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 hallo ich stehe und hab dich bei das können wir immer mal noch gebrauchen oops ich hab ja... ooooh eigentlich im goldenstein habe ich gleich verballert machen wir mal was anderes zum schießen oder zum schlagen Axt hm, diese auch übungen bei der stein sein unten aber schon mal nicht keine ahnung ich weiß es nicht hier sind aber noch noch eine bis an zwei haben wir mal ein bisschen größer und runter damit und Abspruch ooooh Schlimm ist es so in diesen Hühne mal so dunkel ist jetzt auf damit geht doch hier sollten noch zwei sein, oder nicht? und andere Lampe es funktioniert eben gut na wie lange? aber nicht so laut sein ok ok machen wir hier schon wieder was anderes als wir geplant haben oh das ist immer so da ist es schon wieder gar nicht küsse und die steht im wasser würde ich jetzt sagen was sehen jetzt flüssig er ist unter wasser verliebt keine kein leben ok was ist das schon ein Teil kann man das schauen ok wir machen das jetzt anders ganz große das muss er eben wieder in den loch reinkommen das ist so groß geht doch öffnen öffnen das ist nicht das schwert was der könig haben wollte hier natürlich noch eine kiste ist es war doch eine kiste ja ich übertreibe voll mit den abbauen die ist tiefer ja müssen das loch jetzt hier okay wir sind unten und öffnen okay ich war doch schon fast um hier ist noch mehr woher sollte das geben ich habe noch mal die kühe das verstehe ich auch manchmal nicht hier sind manche mission sind einfach nicht machen kannst weil du bestimmte tiere brauchst das ist ja okay dass du manche tiere brauchst aber woher solltet ihr bekommen ich habe keine ahnung wie die das hier manchmal sofort gestalten haben oder das ist sie soll genau jetzt hier unten was willst du von mir hallo sprech mit mir er macht mich nicht ich bin auch jetzt nicht keine ahnung und steine zu bekommen so müssen blöd umgesetzt darauf habe ich auch keine aufgabe gut dann kann ich ja mein raumschiff nehmen das habt ihr noch nie gesehen oder okay die sonne blende ich sehe nicht hier ist noch eine mission die wir ja 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 die haben wir schon mal versucht zu machen glaube ich doch die hatten wir schon mal gehabt und nicht geschafft nicht geschafft kann man nicht sagen aber ja und zwischen ja die sachen zu suchen würde ich jetzt auch nicht erst mal lange rumlaufen und die sachen erstmal zukünftig so rein guck mal vielleicht finden wir hier noch eine die man hier auch machen könnte die sachen ich habe mich immer auf zu leicht und zu uns und jetzt kommt so welche da muss wirklich da muss wirklich fahren zu werden hatte ich willkommen gleich zu dir ich sehe hier auch wieder was zum sammeln ich komme da nicht hoch und hier ist hier in der kiste weg mit der fackel und öffnen ok wieder ein goldstein ja okay was möchtest du von uns die gegenstände die du für diese mission brauchst sind definitiv ganz in der nähe ja nach ausschau guck nach oben guck nach unten guck geradeaus oft sieht man den wald vor lauter bäumen nicht ja das ist mir klar nur ich bin lustig wir hatten so was aber ok ich beschwere mich nicht so hier gibt es einen bestimmten bereich wo das Ding kann sein und dann noch das teil rede wäre toll wenn wir uns irgendwo auswohnen können bla bla das ding müsste ich auch noch habe da ist es doch das teil das ist ein bisschen schade finde dass man nicht hier selber aufbauen kann ja so richtig selber die dinge aufbauen kann das wäre viel cooler warte ich komme gleich wieder es gab es in ein legospiel konnte man die sachen selber aufbauen das war schon cool ich fand es lustig und auch sehr interessant wir haben keinen goldstein bekommen ach die hatten doch natürlich noch aufgaben für uns ja 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 der bleibt da stehen das ist gut und die manche auch noch eine aufgabe sogar nicht ich habe auch nicht mal irgendwie was wertvolles bekommen haben wir hier noch irgendwo haben wir hier noch irgendwo was ist denn hier los wie viele käsen sind hier guck das mal auf der karte an wenn ich mir gar nicht das Röhrensystem hier angucke ok so hier geht man runter und weiter runter und weiter runter und findet eine kiste wow ich habe gedacht man findet jetzt alle kissen auf einmal obwohl ich falsch gedacht dann baue ich mich weiter runter um ehrlich das ist doch übertrieben so viele kissen auf einmal oh ich habe mich zu tief runter gebaut ok Oh, da unten ist noch eine Wir brauchen noch mehrere Kisten Noch ein paar Kisten wäre so toll Haben wir Abflüsse? Tut mir leid Ich kann mal hier echt mal was zu tun Das haben wir auch noch nicht Ich werde ja nicht so viel kaputt machen hier Warum müssen die so weit tief sein? Davon sein Ich finde das sehr gut, dass die Kisten immer schön auf der Kart angezeigt werden Das sind so viele Okay, ich bin oben Da wollte man normalerweise was anderes suchen gehen Wurde aber wohl im Fall Ach, Menno Tut mir leid, wenn mein Hund Nervt manchmal Ja Und das nervt hier im Spiel auch Jedes Mal runter, weiß ich Äh, hab ich jetzt das Locken gemacht Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ja Auch da ist es doch Auch da ist es doch Okay, ein neuer Absprung, dass wir wieder oben sind. Ich finde das gut, dass diese Möglichkeit gibt. Aber dass diese Welt so riesig ist, vergleich das mal mit den davor, diese... Wie heißt das jetzt? Es war davor ja noch so ein anderer... Da war er. Die war ja viel kleiner. So klein war sie jetzt auch nicht, aber vielleicht gleichbar mit der hier. Okay, wie soll man denn jetzt hier reinkommen? Tut mir leid, aber ich... Achso, stopp, 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 stopp. Du magst vielleicht einen großartigen Bauern zu sein, aber wett und du kannst es hier nicht besser anstreichen als ich. Okay. Du bist ein Meister, der Farben sehr beeindruckt, wenn du noch mehr... Nein, möchte ich nicht. Gib mir meinen Stein. Nein, kein Stein. Kein Stein. Ach, sind so manche Leute geistig. Ja, äh, geistig. Hier sind einfach mal so zwei Käse nebeneinander. Warte mal, dann machen wir das. So. Ja, ein Brustloch und dann runter. Irgendwo hier müsste ein Kiste sein, aber erstmal bräuchte ich Licht. Nein, ich habe viel, ich habe hier drinnen. Farkel. Ah! Oh, das haben wir nicht zu Besuch. Okay, wir müssen tiefer. Ach, hier ist die doch schon. Okay. Neuer Absprung. Bitte. Hm. Hier war da noch eine Kiste, oder nicht? Gute Frage. Okay, die haben wir schon. Wir holen das noch durch diese Kiste noch, und dann reicht das erst mal für heute. Meine Frage an euch, wie würdet ihr das machen? Euch sie irgendwie anders runterbauen, oder... ...aufziehen? ...auf die andere Kisten dran zu kommen. Ja, ich find's jetzt ehrlich vielleicht ein bisschen übertrieben, wie man hier, wie was mal runterkommen muss. Okay. Okay. Läuft hoch. Okay. Ihr wisst, das war's heute. Das war's für heute jetzt erstmal. In den nächsten Part geht's weiter mit der Suche, dass wir mal langsam mal alle Missions haben. Nicht alle, aber die meistens. Meistens. Naja. Bis dahin. Ciao. 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 genau có w w w w w w w Vielen Dank.